Was bedeutet Demokratie? Demokratie bedeutet, dass jeder Mensch recht auf seine Meinung hat. Demokratie bedeutet auch, dass jeder dafür Verantwortung trägt mit dem, was er macht oder sagt. Was bedeutet Demokratie in Zeiten von Corona? Im ersten Artikel des Gründegesetzes steht Der Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde? Was bedeutet das schon wieder? Das bedeutet, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist. Ganz egal, welche Hautfarbe er hat. Egal, welches Geschlecht er hat. Ob er krank oder gesund ist. Oder ob er jung oder alt ist. Das Leben aller Menschen ist wichtig. Die Gesundheit jedes Menschen ist wert, darum zu kämpfen. Wir sind die Klasse 5 der Ludwig-Dürr-Schule. Und wir leisten uns einen Beitrag. Dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben. Ich trage eine Maske. Auch wenn sie oft nerven. Wir halten Abstand. Wir halten Abstand. Auch wenn wir gerne bei Freunden wären. Wir bleiben zu Hause. Auch wenn es hier oft langweilig ist. Weil jeder Mensch es wert ist, gesund zu bleiben. Weil du es wert bist. Weil du es wert bist. Ich bin ein Leech. Ich bin ein Leech. Vielen Dank.